Reizmittel. Reizmittel sind Stoffe, die auf verschiedene Teile des Organismus, wie Zellen und Organe, erregend wirken. Es gibt Reizmittel, die man macht, um sich anzuregen. Es gibt Stoffe, die als Genussmittel bezeichnet werden, aber den Organismus reizen. Es gibt auch bestimmte Gewürze, die Reizmittel sind und es gibt auch in der Naturheilkunde Reizmittel. Koffeinhaltige Getränke als Reizmittel. Koffeinhaltige Getränke aktivieren den Organismus und sie reizen letztlich. Koffein wirkt ähnlich wie Adrenalin, deshalb ist Koffein manchmal auch als hormonähnliche Substanz bezeichnet. Und das reizt den Organismus, das kann dich wacher machen, aber zu häufig kann dich auch weiter in den Stress hineinbringen. Dann gibt es andere Stoffe, wie zum Beispiel Alkohol und Tabak, die auch gesundheitsschädlich in jedem Fall sind. Es gibt auch scharfe Gewürze, wie zum Beispiel Chili und Cayenne, die den Organismus reizen und diese Reizung kann gewollt sein, aber auch ungewollt sein. Reizmittel in der Naturheilkunde. Es gibt bestimmte Stoffe, die man in der Naturheilkunde einsetzt, um Antworten des Organismus zu provozieren. Manchmal wird angenommen, dass wenn der Organismus irgendeine chronische Erkrankung hat, dann müsste man ihn auf eine andere Weise reizen, damit der Organismus aufhört, zum Beispiel eine Autoimmunerkrankung oder eine Selbstentzündung zu erzeugen. So ähnlich kennst du es auch, wenn du Kopfweh hast, kann es manchmal helfen, ein bisschen den Oberschenkel zu pieksen oder dort hinein zu drücken. Also ein Schmerz, ein sanfter Schmerz in Wade oder Oberschenkel kann dazu helfen, dass der Kopf weniger wehtut. Oder du könntest auch zum Beispiel, wenn du irgendwo eine Verspannung hast, die Haut reiben, bis die Haut warm wird und danach hört der Schmerz auf. Oder in der traditionellen chinesischen Medizin, in der TCM, gibt es die Moxibustion. Das heißt, da wird so eine Moxa-Kegel oder auch ein Moxa-Stab angezündet und das ist dann heiß und es ist auch ein bestimmter Geruch, der dabei entsteht. Das gibt man in die Nähe der Haut. Die Haut wird eventuell rot, eventuell wird sie auch noch durch den Rauch gereizt. Und das kann dann dazu führen, dass die Energie darunter sich harmonisiert und es kann dazu führen, dass Schmerzen und Erkrankungen aufhören. Also Reizmittel sind interessant, weil sie den menschlichen Organismus dazu bringen, auf eine andere Weise sich neu zu formieren und zu organisieren. Und das kann heilend sein.